Musik Rund 3 km flussabwärts von Naumburg liegt der kleine Ort Schelsitz. Dort gibt es seit 1926 eine Fährverbindung über die Saale. Sie wurde etwa 1975 stillgelegt und 1992 durch die Stadt Naumburg reaktiviert. Seit 2002 kümmert sich der Schelsitzer Fährverein um die Fährverbindung über die Saale. Alljährlich feiert der Verein mit den Bewohnern des Ortes und vielen Gästen das Fährfest. So auch am vergangenen Wochenende. Für viele Radwanderer und auch die Bewohner ist die Arbeit des Fährvereins wichtig, verkürzt die Fährverbindung doch den Weg nach Naumburg erheblich. Musik 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 Musik